Hier die Halle zu toben. Theodora Pallidou, die erste Griechin, die sich hier zeigt. Zwei sind im Wettbewerb. 16 Jahre ist sie alt. Sie kommt aus Thessaloniki, 1,64 klein, aber in Temperamentsbündel. Achte war sie bei den Europameisterschaften. Und sie ist immer für Überraschungen gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020